Bauer müssen halt immer sofort sterben. Scheiße. Alles gleich, fall auch durch. Moin Leute, hier wieder bei Dary Gaming. Und zwar heute mit einer Runde Bad Wars auf Farmland. Wieder bei Freakdom54. Moin moin. Und ich vergesse wieder den Hebel anzumachen. Ist auf jeden Fall richtig Pro-like wieder hier am Start. Jo, Hallöchen. Auch für meine Zuschauer. Schon die zweite Folge von Bad Wars auf meiner selbstgemachten Farmland-Map. Und ihr hoffentlich, ähm, hoffentlich sind wir mal irgendwo mal im Finale. Also nur noch wir beide übrig. Ja, also ich auf keinen Fall. Und vergiss jetzt nicht, dann vergiss es nicht, dann Eisenspawner anzumachen. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Diesmal, also wenn ich eine Map öfterer zocke, öfterer, alles klar, Deutschprobleme. Ja, ich weiß, das sind schon die anderen in sich schon an, aber da hab ich kein Bock im Hin und Herzen fliegen. Alles klar, King Kaffee schon drüben. Alles klar, ein kleiner Hacker würde ich einfach mal so behaupten. Nein, Spaß. Komm, wie das mal auf dich geht, Hallöchen. Ja, guck mal, alle gehen immer auf den Dali Gaming. Ich glaub, Dali bedeutet das irgendwie Opfer. Alle auf den YouTubern. Ja, ich mach wirklich bald ein YouTube-Video, alle auf die YouTuber. Einfach mal, um so ein bisschen was zu zeigen. So läuft das also immer, wenn ich Bad Wars-Spieler. Deswegen krieg ich keine Folgen, die Leute. Deswegen, genau deswegen mach ich keine Bad Wars-Aufnahmen. Genau deswegen, aber manchmal nehm ich es auch trotzdem welcher auf. So, ich hol mir jetzt aber erstmal ein Packen, das Schwert, meine Freunde, weil, alles klar, ich blockiere einfach den... Weil alles klar, okay, läuft. Komm, 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 morgen, würde ich es einfach mal sagen. So, darf ich mitspielen? Nein, tut mir leid, Digga. Wir sind gerade in der Runde und ist nicht meine Web. Ich bin hier nicht der Bestimmer, als kann ich auch dagegen nicht sagen, mein Freund. Tut mir leid, Digga. Komm, auf den Vormammorten will ich so einfach behaupten. So, zack, erst mal hier in die Mitte. So, ich baue mich auch jetzt mal zur Mitte. Hab mich jetzt nur schnell ausgerüstet. So, ich bin in der Mitte. In der Mitte, warum bockte ich so hohe Tiere? Alles keine Tiere, wenn man schlau ist. So, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Flug. Alles klar, flieg nicht. Alles klar. Nein. Fliegst du einfach so, random. So, dann wünsche ich dir erstmal einen guten Abflug, weil du bist jetzt raus. Ja, tut mir leid, Map-Bauer müssen halt immer sofort sterben. Scheiße. Alles gleich, weil auch durch. Und sterben. Scheiße. Alles gleich, weil auch durch. Faceball, meine Freunde, faceball, meine Freunde, alles klar, alles klar. Der Dally Game ist natürlich wieder am Start, holt sich natürlich wieder Bronze, aber der erste ist auf jeden Fall raus. Ja, Kevin haut auf jeden Fall schon einen Map-Bauer raus, das gibt es ja wohl nicht. Echt asozial verlieben, oder? Unglaublich, der Kevin. Mhm. 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 Das ist so dumm. Langsam denke ich mir echt so, manchmal, wenn ich Bedwarsch spiele, Kevin. Okay, jetzt hatten wir ein Update, kannst du auch, wenn du gar keine Rechte hast, kannst du trotzdem mit Zombies, also Feinde, äh, trotzdem schlagen, auch wenn du keine Tierrechte hast oder sowas. Oh, das ist ja klasse. Oh, das ist ja klasse. Musst du das schon? Nee, das muss ich schon nicht. Oder, 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 oder du bist uns sparen, kannst, äh, abbauen. Weil zum Beispiel könnte ich jetzt alles, kann dein Bett abbauen, aber mach ich nicht. Sehr unsischbar. Das wäre natürlich richtig auszutausch. Und deine Fliegt schon wieder runter, wohl. Hahaha. Auch bei dem Loch, weil ich muss essen. Alles klar. Aber auch im Verlieren bin ich Fame. So, ich bin wieder mal tot. Das ist natürlich klasse. Ich liebe es zu sterben. Ich habe dir die Tier zugemacht, keine Sorge. Du dreckiger Whirlsohn! Du Whirlsohn! Achtung. Ist wieder der Pesser... Ich kann ihn auch, wenn ich Lust habe, könnte ich ihn eiskalt schlagen. Konflikt, 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 Dankeschön. Der Blocker extra ein, der Blocker in die extra gewartet wird, wenn du es willst. Anreg ich den direkt auf mich drauf und wollen mich töten, andere warten und ich wollen mich anlassen. Weißt du, was ich bei dieser einer Rustic Map, äh, behinderte finde? Wenn du zum Beispiel ein Schwert brauchst oder Hanisch, musst du so weit laufen bis zu Eiseninsel und dann kann einer so easy kommen, zu deiner Base, bist du jetzt bei dieser Besten, ist eigentlich viel besser, gell? Ja. Ja, Leute, es fehlt mir das kurz abgekackt. Ah, aufnehmen, so. Alles klar. Komm, auf jeden Fall mal Moken, so ein unsichtbarer. Ach, es lebt nur noch einer. Und ich. Weißt du, was im Bug ist? Weil die Seelst ist jetzt gerade nicht. Alter, ich habe zwölf Zuschauer, das kann ja wohl gar nicht sein. Nee, also guck, das war so. Ich hab mal, ich hab diese... Ah! Dreimal gebaut, man hat immer wieder gemäßt. Moment, ich hab gerade einen Kampf. Und ich bin durch, jetzt ganz weiter hin. Also guck, das war so. So, jetzt geht's mal. Dankeschön. Als war immer so jetzt, ich musste jetzt die Türen, äh, äh, als letztes Setzen, weil ich musste ja jetzt immer die Vulture jetzt dahin, zum Beispiel, transportieren. Oder sozusagen schieben. Und darum, wenn ich die Türen jetzt schon mache, bewegen die sich. Aber ansonsten, wenn ich keine Türen mache, bewegen die sich nicht. Ja. Darum muss ich als letztes die Türen machen, weil früher hab ich das immer gemacht. Darum musste ich... Flick, du hast, du hast keine Rechte zu leben. Flick. Ah, alles klar. Gegen die Bande. Ah! 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 Da wär gestorben. Ja, auf jeden Fall. Also... Ich würde mal dein Bett einbauen. Nein. Ich weiß, dass du dann wieder da spawns, aber da musst du, da wo du... Alles klar fällt einfach runter. Da musst du einen Block hinsetzen. Alles klar. Mann, mein Essen ist fertig, mann! Beeil dich. Ja, ich beeile mich schon. Ich geb hier richtig Gas. Ich geb hier richtig Gummi. Gummi ist am Start hier. Zack, zack, hops, 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 hops. Also tust du dann immer, wenn einer dich jetzt einlädt, zu ner Minecraft-Runde, tust du dann immer nur mit dem Map-Besitzer skypen, äh, ich bin fast eigentlich immer auch so, ich mach mal ne Party auf oder so. Allerdings, äh, wenn zu viele Leute reden, dann ist das Video... Weil, schreib dann in die Kommentare, weil ich schreib dann in die Kommentare, ist voll nervig und so, alle hört man und so, ist voll... Weißer halt. So, guck mal, das geil ist, ist, ich hab die... Ich hab mal um 10 Uhr angefangen, bin um 15 Uhr, äh, fertig geworden. Da muss ich um 16 Uhr aufhören. Und dann auf einmal... Und dann auf einmal tust du heute, auf diese Mal, die ich heute fertig gebaut habe, auch aufnehmen. Ja. Das ist richtig, irgendwie Glück oder irgendwas sowas für mich. Warum Glück? Na, guck mal, du bist ja ein großer YouTuber. Und ich hab dich ja auch abonniert. Ja, ich bin nicht groß. Weil du geile Videos machst und mir da ist Kevin kommentiert, nee, Kevin kommentiert Kommentare oder irgendwas. Ja, das mein... Kevin kommentiert Kommentare. Weil ich hab dich heute angeguckt, also ich hab dich heute auch, also ich hab heute deine Videos geguckt und jetzt auf einmal bist du jetzt hier in meiner Runde und nimmst auf und läufst, gell? Ja. Aber ist kein Zufall. Nee. Weil, das war jetzt einfach nur wegen KingCaf, weil jemand hat zu dir geschrieben, dass du kommen sollst. Das war, glaub ich, von KingCaf oder von den anderen. Ey, er hackt! Du hast überlebt! Und er geht zu deiner Base. Das ist eigentlich auch zu seiner, also ich würde sagen, keiner hat mehr Betten, würde ich sagen, falls du es so leistet. Äh, Deathmatch. Deathmatch auf jeden Fall, genau so kann man das auch auf jeden Fall. Ich würde lieber ein Hanisch kaufen, hattest du, glaub ich, vor. Ich kaufe mir jetzt erst mal Schwert, Rüstung. Alles klar, er fällt einfach runter, läuft das, finde ich gut. Ich würde kein Risiko machen. Fight! Fight! Oh, kein Risiko. Fight! Oh, und der Gewinner ist. Diese Runde, BadRoss, Leute, auf Farmland, danke erstmal, dass ich mitspielen durfte, FreakDome. Damit war's das, meine Freunde, mit BadRoss, danke fürs Zuschauen und ja, wer Bock hat, bei dieser Map hier mal dabei zu sein, hier, FreakDome54, auch Link in der Beschreibung, also beziehungsweise sein PSN ist in der Beschreibung, könnt ihr ihn auf jeden Fall adden. Und ja, da wirst du auf jeden Fall ein paar Freundschafts-Anfrage bekommen und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ciao! Tschüss!